Hallo, mein Name ist Daniela Schönholz und ich möchte euch heute in unserem Supersonic Multi einen schnellen Avocado Aufstrich zeigen. Alles was wir dafür brauchen sind Zwiebeln, Avocados, ein bisschen Zitronensaft, Salz und Pfeffer. Wer möchte kann natürlich auch noch getrocknete Tomaten dazugeben oder frische sind auch möglich. Die würde ich aber nicht dem Supersonic klein haken, sondern wirklich mit der Hand ein Messer klein schneiden, damit es nicht so wasserig wird. Jetzt gebe ich als erstes mal den Zwiebel hinein, den werde ich mal ein bisschen vorhacken, ziehen und gebe ich meine Avocado hinein, könnte ganz einfach mit einem Löffel ausfüllen. Wichtig ist beim Avocado Aufstrich, dass die Avocado weich ist und nicht hart, weil sonst ist der Aufstrich, ich habe es schon probiert, der schmeckt dann nicht so gut, also schaut, dass die wirklich essfertig ist bzw. wenn ihr sie hart kauft, also die sind dann wirklich steinhart, die äußere Schale, dann lasst das ein paar Tage liegen bis sie schön weich ist. So, jetzt habe ich dann aber die Avocado dazu gegeben, jetzt noch ein paar Mal. So, jetzt kommt einfach noch etwas Zitronensaft dazu, damit das nicht braun wird. So, bei einer Avocado reicht eigentlich eine halbe Zwiebel, ein bisschen Salz, zu viel, ein bisschen Pfeffer, der ist leer, super, dann nehme ich die Mühle, dann vermische ich das noch mal alles. Bis ihr einen richtig schönen, feinen Aufstrich habt, der nicht nur irrsinnig lecker schmeckt, sondern Avocados liefern auch irrsinnig gesunde Fette, also wenn euch jemand sagt, Avocados sind viel zu fettig, nein, das sind die guten Fette, die dürfen wir essen, das schmeckt besonders gut auf einem Baguette, so als Broschetta oder als Dip zum Kinoabend mit Nachos, schmeckt das auch irrsinnig lecker und wir essen das auch so irrsinnig gern. Und das war es auch schon, das war die ganze Hexerei, wie lange hat das jetzt gedauert, eineinhalb Minuten, die Zwiebel vorher schälen, dauert ja auch nicht ewig lang, die Avocado entkernen und aushöhlen, würzen nach Geschmack und wie gesagt, mit getrockneten Tomaten oder gehackten frischen Tomaten schmeckt das Ganze auch sehr gut und gibt noch so einen extra Kick dem Ganzen. So, das war es jetzt auch, das hat gedauert zwei Minuten insgesamt. Ja, viel Spaß beim Nachmachen und lasst es euch schmecken. Tschüss!